Ich glaube, ich habe mich erwischt. Oh Gott, mir wird gerade so übel von dem Fliegen hier, weil ich nicht weiß, wo oben und unten ist. Es ist nicht mehr witzig. Okay, kehrt zu unten nach Los Santos. Wo ist Los Santos nochmal? Oh Gott. Ähm. Grenzüberschreitung? Was passiert? Hat jetzt jemand die Mauer wieder aufgebaut oder was? Ich glaube es ja wohl. Ne. Scheiße, jetzt sind wir wieder hier. Doch, wir kriegen das hin. Hm. Jojo. Aber wir knabbern uns langsam ran. Ich weiß, was fehlt. Wir müssen das Radio einschalten. Radio Rock. Dann klappt das auch alles. Ja, es geht. Jo, ich warte wieder. Das sah knapp aus gerade. Oh, das sah auch gerade knapp aus. Ja, der labert noch. Ich flieg schon mal nach Blaine County. Ich kann ja alles mitnehmen, was ich finde. Oh, wie das blendet hier. Ja, du wolltest es ja so. Hast ja gerade gesungen. Ich will es ja so. Ich will es ja so. Ich will es ja so. Ich auch. Ich bin jetzt auch komplett safe eigentlich. Ja, aber die blöde ist so extrem. Oh. Oh. Boah, die ist schnell unterwegs. Da geht er runter. Schöne Ding. Wahrscheinlich. Drück mal X bei dir. Okay. Jets sind eine Lüge. Es gibt sie nicht. The cake is a lie. Oder. Schönes Ding. Die sind beide in der Dier. Okay. Ich bin... Bin auf dem Weg. Kannst ja mal einfach ein Looping fliegen. Boah, die sind so weit weg. Fliege da nicht so weit weg. Genau, genau. Nicht, dass wir wieder eine Grenzüberschreitung haben. Ne, da fliege ich nicht hin. Das ist mir zu weit. Ich dreh um. Ich dreh um. Das ist mir nichts. Nachher lande ich wieder im Wasser. Das könnt ihr nicht machen mit mir. Ja, hinten ist Nobetown. Da fliege ich gar nicht hin. Ja, bei mir sind auch nur zwei. Ich habe gar keine mehr auf der Karte jetzt. Bisschen Rock im Radio. Schön. Ich bin gleich am Übergabeort. Bum, 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 bum. Natürlich. Ja, Top Gun ist ja auch super. Muss ich den Jet landen, oder? Also kommen jetzt da noch welche? Okay. Dann bleibe ich in der Luft. Ich fliege auch über den See lang, dass du da gar nicht in Versuchung kommst, mich zu rammen. Ich bin ich zu haben. Ich bin ganz genau. Ich bin sehr schön. Ich bin jetzt der Luft nicht in Versuchung, south auf der Seine. Und ich bin schon der Luft nicht in Versuchung. Lass mich zu verabschauen. Ich bin schon. Und ich bin schon der Luft nicht in Versuchung. Ja, also, die Sichtverhältnisse waren echt nicht gut. Ist auch wirklich das einzige, was er sagt, ne? Oh, oh, oh. Meinst du am Gespräch oder am Röpsen? Wie cool die Ego-Perspektive gerade ist. Das willst du gar nicht wissen. Nicht? Wir haben nie Operation Snowstorm. Malen. Okay. Schönes Ding. Wait for it. Donk. It also means getting a Valkyrie attack chopper from, well this will teach you who to listen to, Merriweather security at the port of LS. Once we're done with that, we'll go back to your place, get started on that thing I know nothing about. Details are on your board. Your board at the apartment. Go! I'm going to look at it. Only 25.000. What? Was? Boah, du hättest vorhin dabei sein sollen. Als wir in den Kreis gefahren sind, wir haben die Leute so verarscht. Bei diesen VIP Aufträgen, das war so lustig. Da gibt's eine Mission, wo du ein Gebiet verteidigen musst. Und, ähm, du musst, solange du in Bewegung bist, könnt ihr die nicht auf der Karte orten. Das heißt, du brauchst im Prinzip nur hinter denen hinterherfahren. Und die haben keinen blassen Schimmer, was die da machen. Ich glaub, da haben wir bei beiden, glaub ich, 25.000 bekommen. Für 10 Minuten. Das war echt gut. Echt? Geil. Ja, Kohle ist schon wichtig heute. Das stimmt. Da bist du, bist du, bist du Steinzeit verschuldet, wenn du alles kaufst. Achja, ich geh mal kurz aufs Klo. Wir wissen, dass ich viel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das wollte ich nicht. Ja, dafür seid ihr jetzt wach. Ja, das ist... Du brauchst sogar keine Weste. Du bist voll. Westentechnisch bist du voll. Du bist also voll im Westen. Du guck. Warum kann man Artengeräte 4 von 20 kaufen? Brauchen die sich? Gehen die kaputt oder... Hä? Hä? Echt? Hm. Brauche ich nicht. Wie meinst du das? Äh, in der Mission oder was? Ach so. Ja, ich bin halt was Besseres. Muss ich selber ein bisschen lachen. Muss ich... Muss ich selber so ein bisschen lachen gerade. Ach.